Ab dem 21. August auf KTV Echter Menschsein Jesusbilder Menschenbilder In der Vortragsreihe 7 über 7 setzt sich Abt Präses Albert Schmidt damit auseinander, was es heißt, echt Mensch zu sein. Wie helfen Aussagen Jesu zum Beispiel Ich bin das Licht der Welt, Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben den Menschen zu verstehen? Schalten Sie ein, wir freuen uns auf Sie!